Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play H1Z1. Wir sind immer noch in der gleichen Formation wie in der letzten Folge unterwegs. Und ich werde jetzt mal zusehen, dass ihr zurück zu Wüter kommen. Und hallo, ihr anderen. Ich bin Early Boy. Ne, bist du nicht. Ich bin Irfken. Ich bin Daniel. Kannst du mir helfen? Ich bin der Bayerwald und bin hier irgendwo am Arsch der Welt, wo an einem Berg lauter Totenköpfe sind. Auch nicht schlecht. Also ich müsste jetzt laut Koordinaten eigentlich die Hütte sein, aber die übersieht man im Dunkeln natürlich. Ja, ich bin ganz grob zu dir auf dem Weg. Achso, ich bin schon im Wald jetzt. Ja, ich komme jetzt in deine Richtung. Ich suche einen Platz zu sterben. Weil ich so weit weg bin von euch. Achso, du bist, ähm, ja. JWD würde der Berliner sagen. Ganz weit draußen. Das sagt irgendwas. Wo ist ein Franzose, wenn man einen braucht? Ich glaube, noch nie im Berliner gehört, der das Akte hat. Also, ich habe... Das ist eine Rülle-Hütte hier. In Thüringen. Bayerwald, du musst mir jetzt einen präsentieren. Was? Los, hol den Berliner ran, der Jan zwei Gussen sagt. Den hatte ich heute früh gegessen, mein Freund. Zusammen mit einem halben Schwein. Wie sollst du nicht so viel Schweinswachse essen? Ich esse Schweinswachse, wenn ich Lust habe dazu. Oh, die kann man aber im Berliner schon weit auch saugut essen. In Armbruck habe ich die immer gegessen. In Platze, in Armbruck. In Armbruck? Da bin ich gar nicht weit weg von Armbruck. Naja, da haben wir jedes zweite Jahr früher Urlaub gemacht. Früher? Ja, ist schon, weil ich... Ah, ich höre einen Airdrop. Ach, nee. Ach, der weiß auch nicht auch. Ich habe mit meinen Eltern mitgefahren. Airdrop, gib, 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 gib. Nein, ich bin jetzt... Lass ihn vor meine Füße, Fahne! Die kenne ich jetzt nicht persönlich. Ne? Oh ja, jetzt höre ich ihn auf. Jetzt höre ich ihn auf. Ne, die hier kenne ich jetzt nicht persönlich. Ja, die haben auch nie eine Tochter gekriegt. Nur Söhne, irgendwie. Und da muss man die... Ach, Gott, dieses hier Bärenflücksimulator. Bärenflücksimulator trifft es gut, ja. Also bei mir ist es eher Hasenfleicheigensammelsimulator. Bei mir ist es eher... Ich muss jetzt echt mal gucken, hat einer von euch noch eine Flair, die er bei der Hütte vielleicht anmachen kann, weil das ist so schön. Ich habe noch Flares. Ich habe noch Flares. Ja. Ich komme gleich zu euch. Also ich muss hier wirklich eigentlich, ähm... Und jetzt zwischendrin auch immer mal den In-Game-Sound. Und wenn ihr mich seht, dann sagt mal Bescheid. Also ich höre ein Flugzeug. Oh, hier ist ein Reh, hier ist ein Reh. Hier ist ein Reh. Wo, 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 wer was? Hier ist ein Reh. Ah, das läuft weg, leider. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich weiterlaufe in die Richtung, werde ich sterben, weil ich von der Karte rauslaufe. Das könnte passieren, ja. Das ist... Die Gefahr besteht. Also ich muss halt... Ach, hier ist die Hütte, okay. Ich komme jetzt... Ach, ich laufe jetzt auf die Hütte zu. Ich wundere. Obwohl ich im Hintergrund hochlade, läuft bei mir alles flüssig. Oh, mal was Neues. Ich komme jetzt rein. Oh mein Gott. Hallo, Özkin. Hi, Özkin. Hallo, Özkin. Alter. Hast du dich geschlagen? Ne, ich habe dich nicht geschlagen. Willst du der Hütte jetzt? Ich bin in der Hütte. Kann man nicht... Irgendwie... Man kann nicht mehr Selbstmord begehen. Das ist Kacke. Ja. Das war so schön. Das war so schön. Wo sind die Dammer und so hin? Du bist ja bei denen mit dem Channel. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, Nacht. Oder kann das sein? Ja, 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 das ist... Wo sind denn Dammer und so hin? Die waren nicht über dem Channel, aber die sind ja nicht mehr hier an der Hütte. Dammer, wo bist du gerade? Ach doch, da ist der an der Hütte. Ja, äh... Aber da haben wir uns unterdrucken. Ja, aber... Komm mal zur Hütte. Die Nacht könnte meinetwegen auch noch ein Creme, wenn ich verhübe. Du, wenn ich die finde, dann komme ich da hin. Ich laufe noch die Koordinaten ab, weil die sieht man ja so schlecht. Ich könnte ja mal probieren, wenn das passiert. Kann ich mich selber schießen. Dann soll ich mich auch sehen, oder? Ja, anscheinend. Also bei mir brennt das noch. Brennt mir nicht. Oh, was ist denn da? Du solltest wie? Bei mir auch. Dass der irgendwann wieder runterkommt. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Bin so weit weg von euch. Ah, der schießt ein bisschen schräg. So. Ja, und hier ist auch gar nichts. Hier ist mal so überhaupt... Ich habe einen Ranch gefunden, aber kann den nicht mit, weil ich einen Dings mehr habe. Ich muss erst mal jetzt irgendeine Sache finden. Kannst du irgendwie... Nee, kannst du was aus... Kannst du den ausrüsten? Ah, kann ich gleich machen, stimmt. Dann nimm den einfach mit. Dann können wir den eventuell einschmelzen und endlich mal Nägel daraus machen. Ich weiß nicht, kann man ausgeschmolzen machen? Oder wir behalten ihn einfach und reparieren damit ein Auto, was wir dann nehmen. Äh, nein, das haben wir letztens festgestellt. Wir haben zwei Ranches für 10%. Okay, bei mir brennt er sich also nicht. Ja, ich habe mich das ja mittlerweile gefixt. Ich weiß mal was. Ja, gut. Aber ich mache mir jetzt gerade einen Satchel. Zack, jetzt habe ich einen Satchel mit 300 Stats. Dann kann ich natürlich auch meinen Dings dann wegwerfen. Den Satchel, den... Ah, da brauchst du... Ah, ich habe leider nur zu wenig... Also, ich finde das auch so. Haben wir hier in der Nähe eine Wasserquelle? Nein. Nicht. Sonst würde ich hier Wasser holen. Das ist ja das, was ich auch in die Google Plus Gruppe geschrieben habe. Es gibt keine Wasserquelle. Die nächste Wasserquelle wäre bei unserer... Bei dem grünen Haus, da ist ein Brunnen auf jeden Fall. Ah, okay. Also man muss tatsächlich leider Gottes ein bisschen gehen und mehrere Flaschen... André, ich habe die gerade außerdem das Fleisch gekauft. Ich habe zwei... Zwei habe ich noch. Also ich messe es auf dem Boden. Das hätte ich jetzt nicht laut gesagt. Macht ja nichts. Wasser, Wasser, Wasser. Kann man jemand schiffen oder nicht? Hier steht eben nirgendwo am A-Stelle. Wie warst du denn rein? Nee, nee. Fünf Warns. Äh, hier. Fünf Warns, glaube ich. Gedöns. Cabin. Hat's. Cabin, ja, irgendwie sowas. Ach, schelligst du noch. Cabin, bist du zu Hause in deiner Cabin? Nee. Cabin allein zu Hause. Genau. Cabin allein zu Hause. Ah, ich könnte jetzt mal einfach mal so, wie der Charakter schwarz ist mit dem schwarzen Berg und du siehst keine Strukturen mehr gescheit und nichts. Also das ist schon echter, ey. Weil die haben schon ordentlichen Scheiße rein. Also mein Inventar ist jetzt voll, wenn das auch einer haben will, kann ich das gerne nehmen. Wieso bringst du dich um? Das geht gar nicht ab. Zumindest nicht mehr so einfach. Ich muss aber sagen, an der Hütte irgendwie, wenn ich an der Treppe runtergehe, bekomme ich irgendwie immer mal Schaden. Achtung, ich mache Taschenlampen. Ja, natürlich. Natürlich ist Christus Schaden. Wir haben da überall Fallen drumherum gestellt. Wo sind die Spieße? Ja, ich sehe dich mit Taschenlampen. Ja, ja. Die sind hier überall drumherum. Ah, hi, da mal. Hi, hi, hi. Oh, Gottes Willen. Wo ich dir nur gesagt habe, da liegen Spieße um die Hütte, ne? Die haben Elfenwirkung. Also nur so als Tipp. Ja, ich wusste es ja das noch nicht. Aber eigentlich ist das allgemeinwissen. Wir haben die schon abgesichert, halt, hier unser Jagdchen. Ich mache mal hier meinen Rabbit Meat auch noch mit rein. Ja, bei mir brennt das Feuer grad komischerweise nicht. Ja, das ist verbuggt tatsächlich. Oh, ich stehe. Ich brauche eine 45er Würfe. Hat jemand von euch eine 45er Würfe? Äh, ich habe nur, ich habe nur Punkt 45 geschossen. Ja, da habe ich auch 15 Stück. Äh, ich bräuchte noch was. Also Bayern, das ist nicht lustig. Ich bräuchte noch, ich bräuchte noch ein bisschen. Was ist nicht lustig? Dass ich in der Falle stehe und es dann erst bemerke. Ja, das ist blöd. Das ist mir aber auch schon passiert. So lange bin ich verreckt. Ich suche nach den Fallen, um zu sehen, wo die sind und stehe drin. Da musst du warten, bis Tag ist. Das siehst du im Dunkeln, glaube ich, gar nicht. Eigentlich in den Sträuchern. Tritt auf keine Sträucher, die um die Hütte drum rumschlafen. Schönen Wolf, kannst du kommen, lieber Wolf, um mich zu fleischen? Ich habe eine Straße gefunden. Sehr cool. Das ist ja cool da oben, ja. Du musst du denn da oben kommen? Zivilisation. Ein Heus-Zivilisation. Am Arsch der Welt. Da könnte vielleicht irgendjemand sein. Oh, ich muss so dringend pissen, ne? Ach, hier, Dachboden. Das ist aber zum Beispiel nicht so cool, denn da könntest du die Einbrecher von oben erschießen. Ich bin genau auf der anderen Seite der Karte. Da oben kann man bestimmt auch ganz gut Kissen hinstellen. Mhm, auf jeden Fall. Wie ist er denn da hochgekommen? Ach, du kannst über die Arbeitsfläche, dann musst du hier relativ weit zur Mitte gehen, bis knapp davor und dann hochspringen. Ich mache die Tür gerade im Badezimmer zu und die geht einfach nicht normal zu, sondern die geht in die Wand rein. Ach, nett. Manche Sachen sind einfach ein bisschen buggy, ja? Ich werde euch mal kurz mit dem Blöden hier alleine lassen und auf Klo gehen. Viel Spaß. Während meiner Aufnahme eiskalt, ey. Oh ja, ein bisschen mit Facecam noch. Spring, spring, spring. Also überall stehen Wasserflaschen rum, leere. Also das haben sie geändert. Ja, die könntest du auf alle Fälle mitbringen, weil wir brauchen. Das macht keinen Sinn, weil ich... Da war quasi, warum wir nicht mal Wasser holen gehen, weil ich brauche dringend, ich brauche dringend was zu trinken. Ja, aber versuchen könnte man das ja wenigstens, oder? Ich hätte noch ein erstes Mal, wenn du möchtest. Ja, das wäre nix. Also ich bin eindeutig zu mir und wüsste dich wieder hoch zu kommen. Ich habe leider nicht verstanden, weil der Ingame-Boys tatsächlich so schön hat. Du musst von hinten... Ich gebe dir mal eine leere Flasche dazu her. Alter, warte mal, ich ziehe die mal hier in den Raum. Das ist ja, das geht... Ach, jetzt ist da noch jemand... Ah, der ist auch egal. Ja, genau. Super. Ah, jetzt gehen wir. Andrina, ich droppe dir jetzt Irren. Danke. Ähm, 40 Stück erst mal. Also ich muss... Äh, ich habe dir hier eine Flasche, eine leere Wasserflasche hingestellt. Ja. Ja, ich gucke mal, ob ich die noch aufnehmen kann. Das ständige Gemute ist irgendwo aufkacke. Ja, also das ist auch scheiße. Also das, ähm, ist blöd. Aber ich habe die Blackberries aufgesammelt. Ich habe die Wasserflasche, habe ich die jetzt aufgenommen? Ja, ich habe die. Ich habe jetzt nur sechs Blackberries im Inventar ausgenommen. Eine Wasserflasche. Nee, 40 Stück habe ich gepackt, auf jeden Fall. Wie waren denn für euch die Verhältnisse? Also ich fand, der Tag war ja extremst hell. Ähm, I4 magst du mich hier runterkommen in den T.S.? In der Aufnahme hört sich der Ingame-Chat echt scheiße an. Ja, das ist... Ah, ich bin schon hier. Danke. Ja, weil das ist echt, das ist kein Zustand, weil es das geht halt nicht. Und vor allen Dingen, weil, wenn Damakasch im In-Voice im In-Chat spricht, das hört sich echt scheiße an. Du armst. Damakasch, deine Voice-Einstellungen, was hast denn du bei Listen-Volume? Habe ich wahrscheinlich relativ... Warte, warte, warte. Wenn das bei dir bei 100 ist, stell es mal circa so auf 65. Maximal, ich habe es mal 20 oder so. Warte. Weil je weniger du es, also je weiter du es runterstellst, desto weniger übersteuert hören sich alle anderen an. Ja. Also selbst da übersteuert das noch auf sich. Also ich habe es jetzt mal auf 20 gemacht und das in-Volume stelle ich auch. Trotzdem ist es einfach ätzend. Also das hört sich scheiße an. Ja, aber das ist heute einfach, ne? Fast halt so was. Ja, und wir brauchen den ja eigentlich auch nicht. Wir haben ja nun einen TS, also... Ja, genau. Vor allen Dingen war ja auch... Du bist bei mir ein Geist. Ich kann dich durchsehen. Durchsehen? Ja. Da siehst du mal, wie schlank ich bin. Ja, André, na, wenn du willst, könnten wir theoretisch... Ich weiß nicht, wie der Volk länger aussieht, habe ich nicht geschaut. Wir sind bei 12 Minuten. Was ist mit mir? Can you please shoot me? Wollen wir mal eben... Ja, wo bist du gerade? Bist du vorm Haus? Also, da mal kommt das mal mit Astro hin. Dann wollen wir mal Wasser suchen gehen. Was wolltest du denn? Wasser suchen. Ja, das ist... Wir... Am alten Haus. Das ist an der alten grünen... Ah, da bin ich auch immer noch... Was ist bisher, tatsächlich? Was liegen ja teilweise für Säcke rum? Habt ihr so irgendwie Säcke schon mal gesehen, die irgendwo einfach rumliegen? Also, ich habe gerade 40 Berries getroppt. Nee, das ist ja kein Sack-Loot, sondern so ein Sack, so größer etwas. So ein Sack-Sack, meinst du? Ja, so ein Sack-Sack. Aber es ist normalerweise, wenn ein Stück wieder stirbt eigentlich, oder? Dann ist er auf dem Fenster gestorben. Also, ich meine, das ist eine richtig gute Aktion. Wer von euch hat denn eigentlich das beste Orient... Wollen können wir uns ein bisschen aufteilen, vielleicht, wenn wir in unterschiedlichen Gruppen unterwegs sind? Fress mich sonst. Es tut mir sehr leid, aber es stimmt nicht. Schleck mich doch am Hermann. Ja gut, wer von euch hat denn Orientierung? Wir müssten zur Hauptstraße. Also, ich habe... Zur Hauptstraße? Genau. Das ist Richtung 3, oder? Also, Heading 3. Jetzt versuche ich mal zu euch zu kommen, weil jetzt bin ich zumindest ein bisschen näher dran. Also, grob in die Richtung hier. Ich bin auch nicht viel. Ich habe endlich mal wieder ein richtig neues Haus gefunden. Da nicht gerade gekommen. Ich bleibe einfach mal an der Mitte. Ich habe keinen Bock, hier zwei Doktor um zu laufen. Ich bin froh, dass ich die erste Mal gefunden habe. Mh, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber Wasserflaschen gibt es ohne Ende jetzt. Ja, ich habe auch schon wieder eine gefunden. Ach, ich höre Wolf. Ich höre Wolf. Oh, oh. Hier ist ein Wolf irgendwo. Oh, bei mir. Bei mir, bei mir. Ja, hier. Ach, hier sitzt nur der Autor wie Schluck. Ich glaube, ich würde töten für eine Wasserflasche. Ich habe nur eine. Ich habe drei. Komm halt her und töne mich. Wie kann ich neue Verbände herstellen? Wisst du das? Mit diesem Scrap of Clause. Okay, was? Zwei Stück brauchst du für eine Bandage. Zwei Stück, okay. Mordor, warte mal ganz kurz. Dann craft ich mal kurz eine. Ich schluck dir mal alles, was ich an Fleisch habe. Ja, ist echt so. Wasserflaschen habe ich auch drei Stück, glaube ich. Ich habe jetzt eine hier. War bei euch der Tag? Der Tag war der bei euch auch so hell? Ja, ja. Total gesteuert. Jetzt habe ich euch verloren. Es ist auch nicht gerade dunkel. Ich bin bei dem Wolfschen. Bei dem Wolf? Also die Nacht ist ungefähr so wie der Tag vorher. Von der Helligkeit her. Die Nacht ist deutlich heller jetzt, ja. Ich habe dir mal hier. Da vorne ist auch noch einer. Liegt von uns? Was ist das? Ich habe ein richtiges Kreuzchen. Marder, das ist ein Zombie. Okay, wollen wir weiter? Ja, warte. Da vorne ist hier schon die Straße. Was hast du, Marder? Okay, hört der zu uns? Das ist ein Zombie, oder? Ja. Was hast du, Marder? Nee, ja. Ich habe ja hier gar nichts. Barmes Schwein. Ja, hier. Bleib doch stehen. Bleib. Was denn? Ich will dir das vielleicht schocken, weil ich dann gleich auf muss. Hm, ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich habe zu viel Stock im Inventar. Wir haben es komplett zugemacht, sind zugemacht. Okay, gut, das eine kann ich breiten. Warum, weiß ich nicht. Ich komme einfach. Nee, ich bleib jetzt bei mir. Ja, da sind wir gleich. Also hier ist schon mal die Straße. Ja, perfekt. Ist das hier die Brücke? Ich glaube genau, wir sind jetzt zur Straße, weil wir, ich habe zwei Wasserflaschen, wenn wir die auffüllen wollen und abkochen wollen. Ich habe ja auch noch eine Flasche. Vielleicht aber das echte Stückchen laufen. Ich habe auch noch eine Flasche. Man muss schon sagen, der Weg von der Straße ist wirklich simpel. Also, wenn man, wenn man, wenn man es mal weiß, dann... So, und ich möchte mich jetzt einmal ausloggen und würde mich ganz gern von meinen Zuschauern verabschieden. Vielen Dank für das Einschalten auf jeden Fall wieder. Vielen Dank an euch alle fürs Dabeisein. Und ja, wir sind draußen und ich beende meine Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Wir schauen noch weiter. Ja, wir machen noch ein paar Minütchen. Genau. Die Kirche ist da vorne ja irgendwo, ne? Ich kann dir ganz frohe und gute Neuigkeiten übermitteln. Ich konnte mir jetzt Sony Movie Studio kaufen und es funktioniert alles wieder einwandfrei. Ah, jetzt geht's wieder, ja. Ähm, Bayerwald? Ja? Es gibt eine App, da kannst du deine aktuelle Position eintragen und deine Endkoordinaten. Sag dir die genau, in welche Richtung du gucken willst. Bei mir kann ich irgendwie nicht Minus da eingehen. Ja, das habe ich vorher mitbekommen. Ja, das übernimmt's nur nicht manchmal. Der Punkt ist, das hilft mir auch nichts, wenn ich bei Minus 500 bin und du weißt ja, wo ich auf der Z-Koordinate hin muss. Oh ja. Ja, da bist du halt ein paar tausend Meter. Ja, da bist du halt drei Folgen, ne? Lauf, Floris, lauf. Ja, jetzt aktuell nehme ich ja noch auf. Also das heißt, ich mache hier wieder einen auf Bärenpflücksimulator. Ich mache hier einen auf Finde Wasserflaschensimulator. Ja, das habe ich auch schon. Wasser habe ich schon genügend. Ne, man findet Wasser Simulator. Weil ich will jetzt irgendwann mal bei euch auch mal ankommen und nicht hier drei Folgen lang spazieren laufen. Ja, dann nehme ich die Folgen einfach nicht auf. Also ich werde das, was wir heute aufgenommen haben, weil ich bin auch nur gelaufen, die erste Folge. Das werde ich gar nicht online bringen. Das ist halt so. Also manchmal ist es halt einfach so. Ja, ich muss momentan einfach alles verwenden, weil ich noch nicht so viele Folgen habe. Das ist jetzt erst mal eine vierte Folge, die ich aufnehme. Von daher... Ich habe glaube ich auch erst sechs Folgen oder so auf. Und dann kommt halt nicht jeden Tag eines. Ja, bei mir kommen sie sowieso extrem unregelmäßig. Die werden bei mir wirklich extrem unregelmäßig kommen. Wenn es kommt, dann kommt es. Außerdem sterben wir eh mal jeden Tag mindestens einmal. Also verpasst man eh nichts. Also ich bin heute nicht gestorben. Ich bin schon dreimal. Das ist umringlich. Aber heute ist auch eine Kunst, nachdem nicht gestorben zu sein. Hier ist Knuddel, ein Spieler bei uns mit einem Hammer. Hallo. Bauen wir ihn kaputt. Ach nee. Oh wei. Ach, jetzt bin ich schon wieder im Arsch. Ich denke, du willst gekillt werden. Du sagst ganz Zeit, ich bin nicht gekillt. Habt ihr den verstanden? Nee, ich habe nicht verstanden. Was war es? Ein Franzose. Die sind so Franzosen, ne? Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe so viel Munition. Ob deine Mets auch deutsch sind. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt auf und wünsche euch noch ein Schönen. Achso, also ich... Ciao. Ciao. Also ich habe jetzt Glück. Können wir den meinetwegen auch gerne rücken? Ich höre den jetzt halt im Moment gar nicht, ne? Ja, der Typ meint, der ist freundlich. Er hat nur gefragt, ob wir auch deutsch sind. Achso. Weil er nichts macht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel... Aber er ist schon wieder weg. Okay. Hab gar nichts verstanden. Also ich muss mir den In-Game-Voice lauter stellen. Ja, ich habe es auch ganz schwer verstanden. Gut, es wurde die ganze Zeit geredet, MTS, dementsprechend. Oh, ich muss kurz... Warte, ich guck mal, dass ich... Ich muss kurz ein paar Bären essen. Bären-Ess-Simulator ist auch nicht schlecht. Ja. Jetzt muss ich bloß gucken, in welche Richtung das ich laufen muss. Aber vorher gehe ich mal von dem Spieler weg, weil ich habe nämlich jetzt ein bisschen Glück gehabt und bin genau in eurer Nähe gespawnt. Ah, das ist... Ah, perfekt. Oder zumindest annähernd bei minus 800 und Z-1000, äh, 3100. Ach ja, das ist... Ja, das ist doch nicht so weit. Okay, wo war das? 814, falsche Richtung. Jetzt müsst ihr mir nur... Jetzt müsst ihr ein bisschen mit Ausschau halten. Ich habe Ordinaten von dem, ähm, grünen Haus nicht im Kopf. Ich weiß aber, dass das... Ich glaube, wo wir mal waren, ne? Ja, hast du die zufällig? Äh, die ist das grüne, man. Die grüne ist minus 1600, 2600. Also, ich muss jetzt die Flasche. Also, ich habe zwei Autos bei mir. Also, wir sind schon... Also, wir sind auf der Z-Kolle, da sind wir schon da. Wir müssen jetzt noch nach Norden. Ja, die, ähm... Das ist ein bisschen in die Richtung. Also, Richtung 1,5. Ja, dann lauf doch mal vor. Ja. Was für ein krasses Haus. Ich habe mich gerade auch verlaufen, ich weiß es nicht. Ich bin aus dem Haus raus, einmal im Kreis und habe mich verlaufen. Ja, ja, das passiert einfach, ne? Genau, da ist die Kieche nämlich, ja. Ich habe gerade so ein Haus mit riesen Zufallsstraßen gefunden. Ich habe gerade so ein Haus mit riesen Zufallsstraßen gefunden. Ich habe gerade so ein Haus mit riesen Zufallsstraßen gefunden. Ich habe jetzt Z-App ab. Ach, komm, blas mir doch ein Schuh auf. Aber der Kieche da muss eigentlich nur hinten schräg links in den Wald rein. Dann müsste das Haus da eigentlich fast schon sein. Ich müsste da eigentlich sein, genau. Da habe ich mich nämlich auch an der Kieche gewollt. Ja, wir laufen jetzt Richtung Kirche. Du bist orientiert, ist mal so eine Sache, ne? Ja, im Nebel sieht man halt auch nichts. Wir sind Schwede Wölfe. Wir sind Schwede Wölfe. Wir werden auf jeden Fall... Was? Kompassive-Armen. Hat jemand Sparkplugs von euch? Nee. Nö. Fuck. Braucht Sparkplugs, dann läuft Auto hier. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine kurze Folgenpause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Machen wir einen kleinen Schnitt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.